Ich war sechs Jahre lang in der Fertigung, da habe ich verschiedene Produkte gekocht, habe dann meine Erfahrung dort gesammelt, habe mich nachher beworben als Linienführer, war dann sieben Jahre lang Anlagenbediener, konnte dort auch wieder meine Erfahrung sammeln und bin jetzt seit fünf Jahren Schichtleiter in der Produktion. Es ist eine sehr abwechslungsreiche Arbeit für mich, es sind jeden Tag neue Herausforderungen, neue Produkte. Was mich besonders in der Hikone begeistert, ist, dass wir mit frischen Produkten arbeiten, ohne Konservierungsmittel, ohne Geschmackstoffe. Mein Hobby ist Schiedsrichter. Ich habe eine Familie mit zwei Töchtern. Die Große ist 14 Jahre, die Kleine fünf Jahre, hat relativ viel Temperament und halte uns sehr auf der Habe. Eines, was mich von der Firma und zum Hobby verbindet, ist die Führung. Es braucht überall eine Führung. Die Führung ist in der Firma etwas anders als am Fußballplatz. Es gibt auch in der Firma Zuschauer, die meckern. Du gehst zwar nicht immer so gut vom Platz, aber mir macht es Spaß und das ist der Ausgleich zu meiner Arbeit. Untertitelung des ZDF, 2020